Hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K22, wo Sami Zayn, unser neuer Mentor, auf uns wartet. Oh Gott, ich hab so Angst. Er hat jetzt, oder wir haben beim letzten Mal ein Tag Team Match zusammen bestritten. Er hat gesiegt, also er hat den Pin eingefahren. Und jetzt erhebt er wahrscheinlich Anspruch auf den Titel. Und von Anfang an, wenn wir zusammenarbeiten können, niemand kann uns verhören. Das war definitiv ein schönes Wunsch. Aber es war eine Sache, die mich beeinflusst. Hier geht es wieder. Jetzt was? Well, es war einfach so, dass du auf die Wunsch zu bekommen hast. Es macht mich einfach so, dass es vielleicht nicht so viel zu helfen, wie es für die eigene Karriere ist. Vielleicht bin ich in der Moment, aber es ist ein Tag Team Match. Emphasis auf ein Team. Es ist nicht wichtig, wer gewinnt, als ob wir gewinnen, richtig? Ja, nein, du bist richtig, ich glaube. Anyway, genug darüber. Ich habe etwas super cool für dich in der nächsten Woche gelegt. Ein Teil davon, dass du das nächste Level auf den nächsten Leveln, ist, dass du die Gegenteil nicht kennenzulernen kannst, die du nicht kennengelernt hast. Deswegen habe ich diesen Mask-Guy, El Ordinario, in die dich vorhanden. Er kann wirklich gehen, von dem ich gehört habe, also sicher, dass du dein A-Game bringst. El Ordinario? Klingt ja fast wie El Generico, mein lieber Sammy. Okay, das klingt interessant. Ich werde. Oh, und da ist eine andere Sache. Ich kann nicht glauben, ich habe fast gesagt, ich sage dir das. Ich bin tatsächlich meine Wissen-Güßung aus dem nächsten Mal, also ich werde nicht in deinem Körner sein. Du musst auf den Ordinario faceieren, aber nicht worry, du bist gut. Klar, genau. Das ist nicht wunderschön. Wunderschön? Es ist eine total normale Sequenz von Events. Du hast es geschafft. El Ordinario. Hey, ich mache mir Sorgen um dich. Glaubst du, dass du Sammy echt trauen kannst? Chase, hi, erstmal. Keine Ahnung, dachte schon, aber jetzt kommt da dieser maskierte Kerl, wenn er seltsamerweise nicht da ist. Kommt mir verdächtig vor. Und wie, meinst du, dass er unter der Maske steckt? Vielleicht, das wäre nicht das erste Mal, dass er sowas in der Art macht. Und er hat gemeint, sein Weisheitszahn wäre dran. Ich kaufe ihm das nicht ab. Hat er das Ganze geplant, um sich da einen IC-Titel zu krallen? Keine Ahnung, vielleicht. Sei vorsichtig. Hey, ich könnte in deiner Ecke stehen, wenn du willst. Danke, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Hoffentlich. Ich werde zusehen. Das war random? Random Chase appears. Ähm. Hm. Well. Ähm. Es wäre jetzt schon geil, ne? Es wäre jetzt wirklich schon geil, wenn, äh... Wenn es auch wirklich an El Generico angelehnt wäre, ne? Wenn auch wirklich dieses Ole Ole kommen würde. Das wäre irgendwie geil. Aber... Warten wir mal ab. Und es ist bestimmt wie damals, ähm, Hulk Hogan als Mr. America. Ähm. Fällt bestimmt nicht auf, dass es Hulk Hogan ist... Äh, war. Und es fällt jetzt hier auch nicht auf, dass es Sammy ist, wahrscheinlich. Ja, dann zeigt mal El Ordinario. Es ist auf und kommen, Lucha Superstar El Ordinario. Hm. Okay, fällt überhaupt nicht auf. Sammy. Introducing the challenger from Long Beach, California, weighing in at 202 pounds. El Ordinario. Oh, man. Ich finde das so geil, dass man die Kommentatoren wirklich mit einem Move, äh... ...komplett aus dem Trip bringen kann und komplett zum Stoppen bringen kann, in dem, was sie gerade eh schon reden. Aber gut. Okay, er kontert's. Autsch. Und jetzt aber in den Next Wing. Er hält auf jeden Fall nicht so viel aus, muss ich sagen. Aber kontern kann er trotzdem noch ein bisschen. Elbow. Und ein Tritt in den Rücken. Wett. Wett. Und ein Chase. Oh, schön verarscht, liebe Leute. Sehr geil. Okay, wir haben Sammy wieder da. Entschuldigen, dass ich an dir zweifelt hab, Sammy. Wirklich. Aber wer ist der Typ? Chase hat ja eigentlich auch keinen Bart. Zeit für ein Spier und dann fürs Finish. Eins, zwei, drei. Alter! Und Chase war auch, glaube ich, nicht so groß. Also, keine Ahnung, wer dieser Typ jetzt gerade ist. Oder Sammy hat auf einmal einen jüngeren Bruder. Hashtag Ezekiel. Ähm. Ich weiß es nicht. In den Simone Driver. Eins, zwei. Und die. Immer noch nicht drei. Dann halt so. Was ist denn los mit diesem Kerl? Dann halt so. Dann halt so. Okay, jetzt bin ich aber trotzdem gespannt. Ist das wirklich einfach Chase? Jagt er nach dem Titel? Hey, big win over El Ordinario. You really stepped up and answered the challenge. Thanks. But I thought you weren't gonna be here this week. What happened with your wisdom teeth? Das kommt noch dazu. Oh, I actually recovered much quicker than I thought I would. And decided last minute to come support you. I barely made it in time, which is why I came out in the middle of the match. I know you haven't approved of all my methods, so I hope that was okay. No, it was. And if we're being honest, I actually have something to tell you. Wait, I kind of thought maybe this whole thing with the unknown opponent and your wisdom teeth seemed a little shady. And this is crazy, but I thought you were gonna be under the mask. Oh, really? It just got me thinking that this was all some big scheme to try to take my intercontinental title. And now I feel terrible. I never really gave you a fair chance. No, no, it's okay. And don't feel bad. I've definitely done some shady things before, so I can see why you'd think all that. Sorry. Stop, it's okay. Let's just get past this, all right? I'll be back in your corner next week and we'll pretend like nothing ever happened. You've got enough to worry about with defending your title and you don't need any other distractions. Okay, thanks. You're right. Sounds good. Ich weiß gerade nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich bin mir unsicher. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Ladescreens dauern jetzt länger, jetzt wo ich den Balken sehen kann. Also auch auf meinem Fernseher und nicht nur auf dem Überwachungsmonitor, sag ich mal. Hm. Gut. Also ja. Wir machen quasi jede Woche eine Open Challenge, könnte man schon fast sagen. Und heute... Das sind aber auch wirklich immer dieselben Leute, ne? So, Devlin Zeit gegen Elias. Sofort. Und wir können ja währenddessen mal überlegen, wer hier mit in der WWE, äh, wer hier in der WWE noch mit rotem Bart rumläuft. Ähm. Paragon, ne? Paragon war eigentlich auch immer nach, äh, immer heiß auf die, auf den IC Title. Also, also, theoretisch... Aber der sah nicht athletisch genug aus für Paragon, deswegen... Elias. Walk with Elias, oder was? Old School. Vom Undertaker. Einfach mal hier übernommen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Oder es ist... Wirklich Chase. Ansonsten würde mir gerade kein anderer einfallen, der da irgendwie passen würde. Vielleicht hat Sammy sich aber auch einfach geklont. Weiß man's. Und wieder in den Devlin Zeit. Und der Flatliner. Oh nein, 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 nein. Dragonscrew. In den Inverted Olympic Slam. Und dann kann's ja dann ruhig... ...in die Weapon X gehen. Oder auch nicht. ...Kick gets caught. Red caught. Look out! Es flog! So play! Such impact! Momentum is running away from Elias. Elias needs to figure things out quick. And the expiration point. Flat out power! Wow! A deadlift military press! Holy moly! Slam! Okay, dann. So und hoch mit dir. Spinning. Sit-out powerbomb. Und das dürfte's gewesen sein. Eins. Zwei. Und die... Nicht drei. Ich denke aber auch, also... ...ist aber auch immer wieder das Gleiche, ne? Okay, gehen wir noch ein bisschen weiter auf die Mid-Section. Ich glaube, Atmen wird langsam schwer für dich, Junge. Und hier. Und ein Foll-Way-Slam! Und Elias ist auf der Unterseite von Dingen gerade jetzt. Und Elias needs to figure things out quick. So, Ansatz zum Electric Chair Drop. Der eng kontert er. Und schon wieder die Weapon-Ace gekontert. Und Elias, was soll'n' das? So, langsam hinsetzen. Äh, ne. Langsam hochkommen. Ganz langsam hochkommen. Genau so. Da. Ah! Ja. Der. 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 Abonniert. Der. 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 De. Der. Warum überrascht es mich nicht? Und was habe ich gesagt? Was habe ich ganz am Anfang gesagt? Wenn du FaZe bist, kannst du einfach nur von hinten angegriffen werden und verarscht werden die ganze Zeit. Solltest du mich nicht gehört haben, L-Extreme, wiederhole ich es gerne. Du hast mir nie eine Chance gegeben, also werde ich ab sofort der sein, für den mich alle halten. Ich brauche keine Freunde und keine Zustimmung. Ich will nur deinen Titel. Ich verstehe, dass du dich aufregst, aber was du getan hast, verstehe ich nicht. Ich dachte, wir hätten das alles hinter uns gelassen. Nein, und weil ich jetzt alle deine Schwächen kenne, werde ich sie ausnutzen. Du hast es nicht verdient, das nächste Level zu erreichen und dafür sorge ich, indem ich mir deinen Titel schnappe. schnappe. Na gut, du willst nämlich kämpfen? Es soll mir recht sein. Ach ja, übrigens, ich glaube, ich mache das wirklich, was ich letztens gesagt hatte mit dem Gimmick, wenn ich die Frauenkarriere spiele, dass ich dann wirklich ein super generisches Moveset einfach baue und das wird dann mit jedem Fädengegner quasi ein bisschen weiter ausgebaut. Ja, ist okay. Ähm, komme ich jetzt gerade drauf, weil ich mir halt denke, boah, ein Heluva Kick für uns wäre ich auch ganz cool. So. Sammy, du hättest einfach die Sachen, die du getan hast, nicht tun dürfen. Ganz einfach. Er kennt alle meine Schwächen, sagt er. Hat bis jetzt nicht ein Ding gekontert. Dann ist der Deathlock. Oh my goodness, this hurts! Oh! Tough position to be caught in here. Up and over! The challenger is not in a great place. They've definitely taken their lumps at this point. Their opponent is not messing around. Oh! 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 Two! Oh! Ah, look at the torch of their opponent! Oh, this isn't gonna be good! Three! Ach, schade. Ja, die erste Offensivaktion von Sammy kommt, weil ich einen Fehler mache. Oh, ein Konter. Oh, ein Konter vom Konter. Okay, jetzt ist er, glaube ich, im Match. DDT. Äh, Hilfe? Sammy, jetzt ist auch wieder gut. Es gab auch mal die Chance, jeden Schlag zu kontern. Oh, Mann. Stops the kick. Oh, knee right to our face. Bad predicament right here. Down we go. For the win. Two. And he fights it off. Almost inhuman at this point. Wunderschön. The challenger's hopes are slipping away. Holding on by a thread. Maybe even less at this point. Sammy Zane needs to dig down deep, as he's done so many times in the past. Tour of the islands. Wow. Er kennt alle unsere Schwächen, ja? Einmal kurz den Boden gewischt. Nice. Story vorbei oder kommt noch was? Es kommt noch was. Ich hatte mich noch nicht von meiner Weisheitszahn-OP erholt. Aber wenn's, wenn's dann soweit ist, und das wird bald sein, verlange ich einen Rückkampf. Okay, Sammy Zane, wie du meinst. Ich hab mich so gut es ging aus der Sache rausgehalten. Aber wenn Sammy einen Rückkampf kriegt, darf der IC Champion die Regeln wählen. Das ist nur gerecht. Gib mir Bescheid, Alex Stream. Sammy hat herumgetönt, mir beim Erklimmen der WWE-Leiter helfen zu wollen. Wenn er also noch einmal um meinen Titel kämpfen will, soll er eine echte Leiter erklimmen. Dann machen wir ein Leather-Match. Geht in Ordnung. Oh, eine Metapher. Wie süß. Mir fehlt vielleicht ein Weisheitszahn, aber dir fehlt das überhaupt an Weisheit. Schlechte Wahl. Finde ich nicht. Also die anderen... Keine Ahnung. Die anderen Stipulations hatten wir schon. Und ein 1 gegen 1 Leather-Match hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ah doch, gegen Tommaso Ciampa. Wo wir ihn mit dem Suplex aus dem Ring geworfen haben. Da war doch noch was. Ja, ist okay. Kennen wir, kennen wir, kennen wir. Ah, jetzt kommen aber die Ole-Ole-Chants. Sehr schön. Und er kontert... Er kontert jetzt mehr. Also wenn es wirklich Dana... Oder wenn sie es wirklich jetzt so gemacht haben, dass er halt wirklich schwächer war beim letzten Match. Weil er eben noch seine Weisheitszahn-OP hinter sich hatte. Schön gemacht. So, Vorsicht in der ersten Reihe. Ach, Sammy. Hallo? wunderschöner tornado ddc aufstehen ok das hier auch noch mal machen ok das wäre jetzt auch ein bisschen krass gewesen alter sammy mach das mal wow aus 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 I took. Oh, das war schlau. Das war super schlau. Ich stelle dich nur mal ganz kurz da ab, Sammy. Das ist, glaube ich, voll okay für dich. Er kontert. Ach, schade. Okay. Jetzt nochmal. Oder auch nicht. Schon wieder diese Schläge. Ich drücke einfach bei jedem Dreieck und hoffe aufs Beste. Blackout mache ich extra nicht. So, das könnte... Ja, wenn sie diese Kollisionsabfragen noch hätten... Dann wäre Sammy in älteren Spielen... ...oder in diesem Falle... ...wenn es noch so wäre wie in alten Spielen... ...wäre Sammy mit dem Gesicht gerade wirklich nochmal auf die Leiter geknallt. So, machen wir mal eine kurze Pause, Sammy. Ganz kurze Pause. Ich kriege die Leiter nicht so aufgestellt. Nicht cool. Ah, das sieht besser aus. Nein, ach komm. Und er stößt uns wieder weg. Ach, Mann. Vielleicht sollte ich auch nicht auf den Finisher von der Leiter gehen. Oder vielleicht doch. 2A abgelenkt ist. Ne, wir ziehen es einfach nochmal durch. Ansatz zu Weapon X. Er kontert's. Big Boot. Beziehungsweise Huluva Kick. Puh. Diese Scheiß-Konter jedes Mal. Okay. Okay. Und... Blue Thunderbomb gekontert. Okay. Boah, Sammy. Ich brauche nur diese eine beschissene Powerbomb, Alter. Nächster Big Boot. Das war's. Das war's. Oder auch nicht. Boah, ist das ein Drama hier. Okay, nochmal. Du kommst auf die Schultern. Ohne zu kontern. Und dann geht das noch nicht mal. Okay. Okay. Oh, man. He's got the answer for that one. So, aufpassen mit der Leiter, bitte. Okay, jetzt muss das, glaube ich, klappen, ne? Ja. Wunderbar. Und jetzt komme ich nicht in die... Ach, Mann. Ey, ist das ätzend. So. Ja. Sammy kommt eh wieder rein, na toll. Aber machen wir halt nochmal den DDT. Sammy reicht, oh shit. So. So, warte. So, sonst geht der Fernseher gleich wieder aus. Sammy, einfach gegen den Tisch. Das ist eigentlich nicht so schwer. Okay, versuchen wir es einfach mal so. Jetzt sind wir ziemlich am Arsch. Und Sammy steht schon wieder auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe es nicht. Yes. Siehst du, Sammy, ich muss nur einmal an den Titel. Ja, klassischer Ladder-War, ne? Da kennt sich Sammy ja mit aus. Hab ich mir sagen lassen. Ja, neuer Mentor abgeschlossen. Ja, okay. Du hast mich letztes Mal besiegt, Alex Streamer, weil ich kann dir einen besseren Kampf liefern als Sammy Zane eben. Lass uns das machen. Okay. Hätte nicht gedacht, dass du dich auf deinem WWE Universal Champion Titel ausruhst. Kämpfen wir nicht so deins, oder? Auch gegen aktive Champions muss man sich erst einmal seine Chance verdienen. Ein Vorschlag. Wenn du mich in einem Nicht-Titel-Match besiegst, bekommst du dein Championship-Match. Abgemacht? Äh, abgemacht. Kämpferische Worte für kämpferische Champions. Nice. Direkt von der IC-Fäde in die World, oder in die Universal-Title-Fäde. Und es sieht direkt wieder nach einer Doppelfolge aus. Naja gut, je nachdem. Ist jetzt auch wieder die Frage, ist es Jimmy oder Jay? Die teilen sich ja auch... Also es sind ja nicht nur Zwillinge, die man verwechseln kann jederzeit. Nein, es sind ja auch noch... Oder sie teilen sich ja auch noch den gleichen Twitter-Account. Scheinbar. Ja, und es geht nicht um den Titel, deswegen kommen wir auch ohne Titel raus. Es ist so bescheuert. So. Ah, wieder Jimmy. Okay. The anger emanating from the competitor tonight. Ah, he's like a blazing fire. This is a man you don't want to be in front of right now. He's a man possessed is what he is. And then we have Jimmy Uso. A tag team specialist on his own tonight. He's going to the pin. And he is saved by the ropes. Bravo. Turning the tables. Back and forth from these competitors. Reciprocating the initial reversal. Oh, Chinbreaker. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn Jimmy gewinnt, gibt es den Universal Title Shot. Wenn nicht, dann nicht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dann die Story schon so schnell wieder vorbei ist. Oh my God, I'm a spy. That will make your legs go numb. Also, ne, wenn wir jetzt gewinnen, meine ich. Und ich meine, es sind wieder die Usos mit dabei. Es könnte auch direkt eine Bloodline-Fede nochmal mit dabei sein. Und, äh... Zusammenarbeit mit Roman Reigns. Abgefangen hier, der Schlag. Und den einfach mal doppelt und dreifach zurückgezahlt. Snap mehr und dann den Basement-Dropkick. Gefolgt von unserer Headbutt. Und der muss gerade selbst ein bisschen erholen müssen. Aber dann geht's los. Oder auch nicht. Ja, unseren Signature gekontert. Dann den Neckbreaker gezeigt. Und jetzt müssen wir aufpassen. Aber wir kontern auch sein. Dann geht's in den Neckswing. Und Pump-Handle. Godbuster. Sofort weiter mit der Powerbomb. Und dem Kniestoß. Sofort weiter mit der Powerbomb. Okay. Straightjacket. Backstabber. Dann in den Devil Inside. Unser Zimmer und Drop Aber unnötig, dass es da draußen passieren muss Ehrlich gesagt, genau, schick uns wieder rein, alles cool So Jimmy Wir werden verlieren Wenn er jetzt hoch geht Wird es der Uso Splash Und dann wird es eh schwierig auszukicken Ja, Uso Splash Achso Kein Pick Okay, jetzt Uiuiui Alter Oh, war sehr spannend jetzt A Schoolboy in den Superkick Und der nächste Ansatz Beziehungsweise Er geht auf den nächsten Uso Splash Oh, komm schon Ich kann nicht so Ich bin kein Button Masher Ich kann das nicht so Ja, Jimmy Uso gewinnt Und das bedeutet Title Match Für Naja, einen der Uso's wahrscheinlich Hey Alex Stream Sieht aus, als hätte ich mir mein WWE Universal Championship Match verdient Das sollst du auch bekommen Aber warum erhöhen wir den Einsatz nicht ein bisschen Machen wir NoDQ Match um den Universal Title draus Viel Glück Du wirst es brauchen Hand drauf Ja, jetzt hätte ich fast gesagt Dann beenden wir es für heute Und machen damit in der nächsten Folge weiter Aber ganz ehrlich Das kommt noch mit in diese Folge Und wir wissen alle NoDQ bedeutet Jeder kann eingreifen Zum Beispiel Jay Oder auch ein gewisser Roman Reigns Alles ist möglich Vieles ist möglich Und viele Leute sind möglich Sagen wir es so Ich meine, ich vermisse auch noch so Leute wie Brock Lesnar Oder Oder auch mal eine Fede gegen Strowman Aber dafür müssten wir halt nach Oder zu Row Okay Und you can feel the excitement in the air The WWE Universe has been eagerly awaiting this match Well with the Universal Championship Up for Grants History will be written Here tonight So you know We're seeing these competitors At their very best On the ropes Referee breaks the count Yeah Kick to the midsection Looking for the straightjacket Into the backstabber So, wir versuchen jetzt einfach unser absolut Bestes hier, Jimmy einfach so viel und stark wie möglich wehzutun und diese Pin-Versuche sollten wir vielleicht auch lassen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, mal darauf geachtet, der Submission Aufladebalken geht doch relativ fix nach oben, wow, und Harry Carana, Headbutts, oh Gott, ja, der harte Samoanische Schädel. Jimmy, es ist alles in Ordnung. Das hat er aber auch eine etwas zu krasse Phase. Er hat das Laufen für sich entdeckt. Und Blut durch nen Vorarm. Haben wir gut getroffen auf jeden Fall. So, wieder Straightjacket, Backstabber. Aber Jimmy kontert. Diesmal nicht mit uns, Alter. Inverted Olympic Slam ist da. Und jetzt konterst du unseren Spear nicht. Heute nicht. Macht er auch nicht. 1, 2, und nicht die 3. Äh, nein. Mach das mal nicht. Mach das mal nicht. Wip out mal wieder. Ach ja, ist ja nur die Cue, ne? Stimmt. Moment. Was haben wir denn? Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich hätte mal versuchen sollen zuzuschlagen. Hätte nur ein bisschen Baseball gespielt. Mit Jimmys Kopf als Ball. Oh, die Snake Eyes. Oh, die Snake Eyes. Oh Scheiße. Autsch. So, whip in. Ja, das Spiel kennst du ja auch im letzten Mal noch. Und es reicht mal wieder nicht. Flapjack. Kann ich da mal... Was tun bitte? Da sollte ein Superkick kommen. Ähm. Uso Splash. Oh Scheiße. Ach komm. Uso just put out of the doubter to rest with that. And he did so emphatically. Here is your winner and the new WWE Universal Champion. Jimmy Uso. A victory worthy of a new champion. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Ja, kämpferische Worte für kämpferische Champions. Wir sind kein Champion mehr. Dieser Universal Championship fühlt sich an meiner Hüfte noch besser an, als ich dachte. Danke für den Kampf, Alex Stream. Du bist ein cooler Champion. Äh, sorry. Ex-Champion. Unfair. Ich habe eben erst erfahren, dass ich meine WWE Universal Championship bei der nächsten Ausgabe von Smackdown verteidigen muss. Ja. Ja. Wow. Sagen die Storys. Die Storys sagen Heal Turn. Storys sagen Heal Turn. Den ziehen wir aber beim nächsten Mal durch. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.